Was ist das für Atomik? A ist für Atomik. Atomik ist ein Typ von Energie und ein Typ von Bomben. Deshalb B wie Berlin. Jetzt mal ein CSVR Crew. Das Lauf ist Kuhlauf. CSVR Touches. So, dieses E. Es ist ein bisschen Spinal Tap. Es ist viel kleiner. Aber dieses E. Er trägt mich an die Fotografie von Shawn Ryder. Von Kevin Cummings. Auf dem Hotel Ruf in Ibiza. Und Shawn hängt auf einem gigantischen E. An 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 E. F steht für Freaks. Oder auch für Fidi. Und Fidi ist die Abkürzung für FICK DIH!! Popkulturfestival. Tolle Sache. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich mach was mit links. YAY! So, we are the lucky 8th talent from the Gott Institute invited. I am Mia Horsch from Colombia. I am Aldo, aus Buenos Aires, Argentinien Premji, aus Indien Julia, aus Berlin Bob Erwitz, aus Kongo Michael, aus Philippines Ich bin Tom Ich bin Tom, aus Hong Kong von Hong Kong! Vielen Dank! Ich bin Industrie Ich bin Industrie und ich habe ein wirklich schweres und manchmal denke ich über was zu sagen und wie zu sagen Jot, Jot also Jot finde ich ja und bei ja würde ich sagen ja zu Popkultur ja zu Musik ja zu mehr Frauen auf die Bühne mehr Queerness, mehr Wildheit mehr Wagen ja zu hm hm lasst uns doch einfach nicht so spießig und angepasst sein sondern ja zu ja zum ja fällt mir Kiez ein Kiez, unser Lebensumfeld unser Lebensmittelpunkt da wo wir wohnen wo wir uns wohlfühlen aber natürlich auch wo es viel Kultur gibt wo Kultur stattfindet die auch unser Leben bereichert Kiez-Kultur, kleine Theater, Bibliotheken alles das gehört mit dazu L is for label and love for artist Mustafa Kemal'i seviyoruz N is for Norman I made this movie next oooooh I'm exhausted he's for press because all press is good press I am choosing the letter Q because it could mean quagmire it could mean quality it could mean quince but I'm using it because it means queer I have VR and VR is for Rathaus for town hall you see it behind and it is the town hall I'm the mayor of Neukölln and we are very proud that Pop Culture Festival is here as a guest very warm welcome enjoy it Es steht für Spätkauf Es steht für Saufen bis zum Tod Ich trinke Alkoholfrei Hey, I'm Topher and Tea is for Topher and also Tea is for Tanzania Mambo Baby, Mambo Schuari I'm very happy to be in Germany for the Pop Culture Festival and I will present my country very well Tanzania, Schuari, bye I am B is for Vodka W is for Walking W is for Walking Walk Okay, so we have the X and we have the O and Bananas 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 This is an X banana and this is O there is banana on the O Anything else? Kisses and hugs to Berlin and to the festival and to everyone I'm Sassy Black and Y is for YOLO because you only live once although you probably live more than once but I think that works Z is for Zebra Cats and you now know who the ABCs and I'm just going to ask you to tell us that we have the X that the X and the X is for more than $5 so we know so we've got the X this is for X to be the X to be the X this is for you for all the X